Mit viel Können und Fingerspitzengefühl hat der Kärntner Tierpräparator Eric Leitner den Geiltaler Bären ausstellungsfit gemacht. Sie erinnern sich sicher, Ende Oktober ist der Bär bei Feistritz an der Geil in ein Auto gelaufen und getötet worden. Ab 13. Jänner ist er in der Musikschule in Feistritz zu bewundern und wir haben dem Tierpräparator beim Feinschliff über die Schulter geschaut. 30. Oktober in der Früh. Der Bär läuft einem Zeitungsausträger ins Auto und verschwindet verletzt im Dunkel. Am Vormittag wird das tote Tier entdeckt, von Veterinären des Landes untersucht. Etwa sieben Jahre hat der Bär in freier Wildbahn zwischen Friaul und Kärnten gelebt. So sieht er heute aus. Eine Woche lang hat Präparator Eric Leitner in der Kreuzen bei Batagnon daran gearbeitet. Unfall und Untersuchung des Bären haben der Decke, wie das Fell in der Jägersprache heißt, zugesetzt. Der Bär verliert Haare. Die Decke hat natürlich gelitten. Erstens durch diesen Aufprall mit ein paar Tonnen Wucht und dann die Obduktion und es war doch warm. Und jetzt hat es das Problem gegeben, dass die Decke teilweise schon in Verwesungszustand übergegangen ist. Also streichelt ihr wie jetzt keins? Nein, das will ich mir auch nicht wirklich, will ich nicht haben. Er kommt hinter einem großen Glassturz und da bleibt der Umwelt der nachfolgenden Generationen für hunderte Jahre erhalten. Das Tier soll lebensecht aussehen. Vor allem der Kopf mit den Augen ist schwer hinzubekommen. Den Plan, den Bären in ganzer Größe, wie diesen in Russland erlegten, herzuzeigen, hat man rasch verworfen. Dafür haben wir gesagt, den Mund, den Fangofen, dass man sieht, dass es ein Raubtier ist, das doch Kraft und Gewalt dahinter ist, aber nicht so bedrohlich, dass sich die Kinder fürchten. Ein Tier, das es in unseren Wäldern tatsächlich gibt. Dass ein Bär in Österreich so endet, ist auch im Leben eines Präparators einmalig. Also das war die letzten 50 Jahre noch nie der Fall. Und das ist für uns ein großes Glück, für den Bären ist es ein großes Unglück. Und ich muss auch sagen, lieber wäre es mir gewesen, wenn der Bär noch leben würde. In zwei Wochen wird das präparierte Tier der Öffentlichkeit vorgestellt. Hunderte Jäger haben sich schon interessiert gezeigt, den Bären in Feistritz an der Geil zu besuchen.